yo leute es geht hier raten wir wo ich bin ich bin auf dem schloss in klarholz und ja das ist ungefähr meine bude mein abteil hier und hier bin ich am üben ich bin gestern angereist heute ist montag am donnerstag geht es los und ja ich helfe auch ein bisschen mit heißt wir werden jetzt runter gehen und dann zeige ich euch ein paar bilder von dem areal und ja heute stehen ein paar aufgaben an zum beispiel flyer verteilen werde ich gleich auch machen in der gegend damit das event auch zum richtigen event wird und dann nehme ich hier einfach mit also bis gleich woher are you going going so fast tonight have you ever stop inside the road to smell the rose of life take a breath now don't hold it in too long cause you might end up missing out on my short little song she's saying you got one you got one you ja ich bin jetzt hier ein bisschen hergelatscht und herrschend paar flyer verteilt an irgendwelche bäckereien oder sonst was aber man weiß gar nicht wo man anfangen soll ja habe ich auch noch nicht gemacht das ist aber eine wichtige aktion es ist mir eindeutig zu warm geworden erstmal lederjacke ausgezogen ja mal gucken wenn wir noch so erwischen easy ich würde sagen der sommer ist ja auf jeden fall schon eingetroffen ja ich bin jetzt durch und ja noch nicht ganz muss wahrscheinlich noch anders hin aber die zeit rennt jetzt auch ein bisschen davon boah ich bin so fertig äh ne ich hatte ja schon mal früher zeitung ausgetragen aber es war jetzt trotzdem ein bisschen was anders weil äh ja einfach ich habe nichts vorher gegeben einfach irgendwo random hingegangen und ja die sonne knallt mir auf den schädel also ich muss jetzt mal langsam zurück aus trinken und ja habe auf jeden fall ordentlich geschafft ähm jo hat da ein bisschen spaß gemacht dass man mit einigen Leuten ins gespräch gekommen und denke ich wird ein großes teil frühlinge park ja auf jeden fall witzig ist auch so wenn an der klingel oder so am briefkasten steht ja dann bitte keine werbung einwerfen und noch besser so erstmal muss es im hintereingang latschen und dann hat man seine flyer in der hand und dann ja keine werbung da sonst auch am liebsten und am besten an vorne und gab schon ein schild aufstellen ne ich will nichts naja aber so macht man seine erfahrung wird schon wusch freunde der blogger lifestyle hier in my suite ja es ist mittwoch morgen gestern habe ich nicht so viel gefilmt besser gesagt gar nichts aber ja ihr werdet dann noch einiges zu sehen bekommen morgen gehts los jetzt werden auch die letzten vorbereitungen getroffen zum beispiel hier auch da bisschen seiten wechseln natürlich auch natürlich auch spawned by gypsum hihihi mein spaß und hier dieses lemon oil könnt ihr mal nebenschreibung packen weil das auch als benutzt ähm ja ich werde hier noch ein bisschen die meine kleine yamaha fertig machen und damit ich dann noch morgen am stissel bin also auf gehts hier jo leute ich habe augenringe aber wie ihr seht hier auf meiner bühne zeige ich euch gleich von draußen aber wird geil boah ich bin aufgeregt des todes aber ich habe übelst Bock und ja hatte gerade soundcheck ich weiß noch nicht was los geht muss ich noch mit der chefin nämlich persönlich abklären aber dann hier ist hier ich zeige euch mal mein Equipment also hier hätten wir einmal den Marshall AS50D meine Krampfe für das Mischpult hier nehme ich extern alles live auf Monitore mit dem Mikro und das war die Bühne ja letztes Gelände Leute ja ich bin mit zwei jungen Ladies hier auf dem Früdingen Park Gelände hatte gerade schon einen Auftritt und ich stehe hier gerade beim was heißt das Kaffee Blues oder Schoko Kaffee sonst was auf jeden Fall mega sass ich habe hier auch schon krassen Sonnenbrand na nicht ganz aber kommt bestimmt noch ja ich kann euch nochmal meine Bühne zeigen hier auch mit dem ich guck mal Kaffee Meister oh shit ein bisschen dunkel genau hier ist auf jeden Fall krasser Kaffee am Start und yes das ist so meine Bühne ja hallo erstmal nochmal von meiner Seite ich bin Jonas auch genannt Jonah Reuth wir sind jetzt sogar live hallo Facebook und ja für YouTube auch am Start ich spiel jetzt nochmal alle meine besten Lieder zum Abschluss das erste dieser Weg von Savi Nadu also geh ich diese Straße hin und die Straße führte zu mir das Lieder das Lied das du am letzten Abend sangst und Termin in mir noch ein paar Schritte und dann war ich da mit dem Schüssel zu dieser Tür dieser Weg wird kein leichter sein dieser Weg wird steinig und schwer nicht mit vielen wirst du dir einig sein doch dieses Leben bietet so viel mehr es war nur ein kleiner Augenblick einen Moment war ich nicht da I know that I can't trust you whatever I'm telling you I'm sure that I'm sure that it is in good health of you probably anywhere else I can enjoy there's freedom more than between ourselves what would be if I never came to find you who would be there if I needed to sign for you everybody needs somebody to talk about and there is yeah what I'm shouting now I want a pleasure my dear friends that we had together my dear friends such as in the holiday sun my dear friends feeling around at parties my dear friends here comes the wish song of the nice woman from the case stand how beautiful if you want to film or something else yeah from the dear Sarah Connor Screws of the heavens the 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 everybody to the and Und sonst bist du so allein Und du siehst so traurig aus Komm in meinen Arm, lass uns raus Ich war, wo du bist Und weißt du, was es mit dir macht? Wenn du jetzt lachst Kann ich es sehen Ja, ich seh dich Mit all deinen Farben Und all deinen Lagen Hinter den Mauern Ja, ich seh dich Lass dir nichts sagen Nein, lass dir nichts sagen Weißt du denn gar nicht Wieso du bist